Er ist wieder da. Iron Man 3 läuft jetzt in den Kinos an und ich habe voll Bock, den zweiten Teil vorher noch mal zu gucken und das werde ich mit Lars machen. Zum Inhalt, ich muss nicht viel zum Inhalt sagen, Iron Man kennt jeder. Er hatte schon einen Film und noch einen Film und kam in die Avengers vor. Es gibt Comic-Rein, ihr wisst alle, worum es geht. Iron Man ist verdammt cool, denn Robert Downey Jr. ist cool und verleiht die Rolle oder drückt die Rolle auch mal so ein bisschen seinen Stempel auf und das ist verdammt cool, weil Robert Downey Jr. ein cooler Typ ist. Ja, Jungsfilm oder Mädchenfilm? Ich glaube, Frauen finden den Film auch ziemlich cool, aber nicht so cool wie die meisten Jungs, weil das ist natürlich auch eine Comic-Verfilmung und da stehen in der Regel, ich spreche jetzt mal aus Erfahrung, eher Jungs drauf. Aber ich werde auch meine Freundin ins Kino schleppen, wenn wir jetzt den dritten Teil gucken. Ja, mit wem gucke ich den Film? Auf jeden Fall mit euren Freunden. Geht, steht, geht auf jeden Fall demnächst in diesen Film. Ich werde ihn mit Lars gucken und vorher gucken wir uns gleich noch mal diesen Film hier an. Und dazu essen wir vermutlich ein paar Nachos und saufen ein paar Bierchen. Ja, dann das Preis-Entertainment-Verhältnis. Diese Filme kriegt ihr überall hinterhergeworfen, ja, also wer mehr als 10 Euro für den Film ausgibt, ist blöd. Ich habe damals, als er frisch rauskam, irgendwie direkt 15 oder 16 hingeblättert, weil ich ihn unbedingt sehen wollte. Und ich glaube, das werde ich auch mit dem dritten Teil machen, weil ich habe so hohe Erwartungen an diesen Film. Und deswegen habe ich da direkt zugeschlagen, aber mittlerweile kriegt ihr die echt auch im Doppelpack und so weiter. Aber hier ist schön blöd, ne, bald kommt ein dritter Teil raus, da wollt ihr dann natürlich die Box haben. Aber ich würde mir wahrscheinlich auch die Box holen. Egal, jedenfalls, ja, 10 Euro, mehr, mehr solltet ihr für diesen Film im Moment nicht ausgeben. Dann geht es natürlich weiter. Fortsetzung oder Reihe, ja, wie gesagt, es kommt jetzt bald der dritte Teil raus, ja. Und ich erwarte ihn mit Spannung. Und ist das ein Off-Cook-Film? Ja, auf jeden Fall, verdammte Scheiße, es ist ein Off-Cook-Film. Und irgendwie begleitet er mich überall. Durch die Avengers ist er natürlich auch nochmal zu sehen gewesen. Und wie gesagt, im ersten, zweiten Teil und so weiter. Ja, Iron Man kannst du echt oft gucken. Und wie gesagt, ich habe ihn jetzt schon seit, gefühlt, fünf Monaten nicht gesehen. Ich muss ihn auf jeden Fall nochmal gucken, gerade jetzt vor dem neuen Film. Ja, das war es eigentlich schon. Und erwartet ihr den dritten Teil auch mit Spannung? So wie ich, so wie Lars, ja. Das hat ja auch heiß drauf. Oder sagt ihr, ne, Iron Man finde ich irgendwie scheiße. Wie, ihr findet Iron Man scheiße? Schreibt es in die Kommentare, diskutiert mit uns. Und bis zum nächsten Mal. Blume-Dips! 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 Mit Lars und Dan.